Das hier ist die erste Maschine, die genau das mitbringt, was wir brauchen. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn ich an die Bestellung denke, ist es unglaublich, wie viele Konfigurationsmöglichkeiten es gibt. Wir konnten unsere Idealmaschine genau nach unseren Bedürfnissen zusammenstellen. Das Schlüsselsystem KICK ist ein sensationeller Fortschritt. Wir brauchen keine langen Einweisungen mehr in das Gerät. Wir können die Einstellungen vorgeben, die der Bediener für seine Reinigungsaufgabe braucht. Und nur er kann dann mit seinem Schlüssel starten. Das spart uns Betriebs- und Servicekosten, weil es praktisch keine Fehlbedingungen mehr geben kann. Zum Beispiel durch falsche Dosierung. Das ist der Dreh für eine längere Laufzeit. Mit der Eco-Stufe kann ich deutlich länger arbeiten und leiser wird die Maschine auch. Das ist der Dreh für eine Laufzeit. Ich habe auch mit einer Laufzeit. Ich habe die Maschine und Kran mitbehalten. Es ist der Dreh für eine Laufzeit. Wenn die Worteplätze zu verabschieden wird, die Worte wird automatisch abgelöst. Wie schon vorhin, ist es möglich, als die Worteplätze zu verabschieden. Es ist möglich, aber es ist einfach und möglich. Mit der Worteplätze mitbehalten, was man kommt, kann man mitbehalten. Und das ist das Gutes hochgekehrt. Die Worteplätze wird an die Worteplätze. Das ist auch ein dieser Anforderungen. Das wirklich dauert viel Zeit. Das ist die Frage, dass ich den Schlauch in der Schlauch in der Schlauch in der Schlauch in der Schlauch. Das ist die Frage, dass ich den Schlauch in der Schlauch in der Schlauch in der Schlauch in drei Wochen stoß in der Schlauch. Ich habe die Rezervoir nicht mehr verwendet. Und während der Rezervoir verwendet wird, ich weiter weiterentwicke. Das war die Maschine. Homebess Mop Homebess Mop temizlik işlerinde en iyi yardımcım. Hiçbir makinenin ulaşamayacağı yerleri kolayca temizleyebiliyor. Genellikle yapışmış sakızları temizlemem gerekiyor. Bu iş için spatula ve bana gerekli temizleme bezleri Homebess Box'un içinde bulunur. Homebess Box kullanışlı ve çok pratik. Altyazı M.K.